Hier im Swamp, im Swamp bei mir. Wo, wo, wo ist das genau kurz, bitte? Der 270.500. Ich dachte, 1.500. Okay. Keitel gerade. Aber schlechter Inchance. Junge, zerstört mich, was ist das für jetzt? Warte ich mal. Nein, hier ist ne Schlucht noch. Ich kann kein Wasser setzen. Du hast mir die falschen Forts gesagt, das wäre ich da gewesen. Ich bin bei 270.400. Ich war auf 2 Herzen. Er hat seine Rod weggeworfen. Du musst dich rechnen. Oh wow. Nein, nein. Halbes. Wer wird das Wasser springen heute in Zardone? Ja, schade, ne? Wenn ich den 2er Team wegstab, würde es läuft nicht so einfach. Ja, stimmt. Oh ne, der Cave ist da noch. Ist der Solo? Pass auf! Bist du unten? Ja. Soll ich runterkommen? Ist da Wasser? Ich weiß, okay. Ich hab das MLG geschafft. Weißt du wo dahin ist? Hier. Hier? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Moment. Ja, der ist voll, ne? Ja, ich bin auch voll. Okay, ich auch. Ich gehe mal lieber, falls wir gecleanet werden. War der Auto fährt oder was? Hey, ist das ein Bug? Dass wir wieder voll sind? Ja. Hey, kämpfen gerade alle außer uns. Junge PogChamp. Der ist tot. Also ob du clean bist. Irgendwann bist du sad. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal, ich will doch nicht fliegen. Ah, ich auch nicht. Warte mal. Und warum? So ist falsche Team. Lustig. Pass auf, du bist Trion. Oh Gott. Hilf mir, helf mir, helf mir. Ich will jetzt nicht mehr so gedracken. Ich bin gleich out of, ne? Ja, die gab mir schon die Knie. Lauf raus, lauf raus. Lauf raus, lauf raus. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Und da. Was? Ich bin tot.